Musik Dogfest goes Culture Clubbing. Erst gemütlich einen Film schauen und im Anschluss wild feiern. Das alles bekommt ihr beim Culture Clubbing. Und für Studenten ist der Eintritt sogar frei. Beim diesjährigen Culture Clubbing wurde der Eröffnungsfilm The Circus Dynasty gezeigt. Im Anschluss fand ein Gespräch mit dem Regisseur statt. Musik Sie haben sich immer gestritten. Das war nie eine Freundschaft. Und erst letztes Jahr, Ende der Saison, war das ein Paar gewesen. Musik Die beiden, wenn sie sich gut verstehen würden, ganz Europa erobern. Musik Wenn die nicht zusammenkommen, ist es fertig mit Arena. Und das ist sehr, sehr schlimm. Das ist unglaublich, ja. Musik 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 Ich habe angefangen zu gehen, als ich ein Kind war, und viele meine Freunde und meine Kollegen lieben, und sie stoppen zu gehen, aber ich liebe es, und ich continue. Als Film-Maker, ich weiß, dass man eine Geschichte in die Geschichte muss, weil es zu gehen und ein Portrait-Circus, das ist einfach eine Faszination, aber als ich diese Geschichte gefunden habe, habe ich auch gedacht, dass ich viel mehr erzähle, als nur das Circus-Lieb. Ich wusste von Anfang an, dass sie ein Paar waren, und ich wusste auch, dass seit sie kleine Babys waren, dass sie einen Tag finden sollten, dass sie sich einen Tag finden sollten. Ich wusste natürlich, dass es eine große Druck auf ihren Schultern gab. Das ist das richtige Leben des Circus. Ein toller Film, ich habe mich entführen lassen, als wäre ich tatsächlich in einer Zirkus-Vorstellung, bloß hat man halt auch die Hintergründe gesehen, es ist ein hartes Leben. Es hat mir sehr gut gefallen. Es hat irgendwie alles, und ich fand auch die Bilder sehr schön, und man hat sich so ein bisschen in dieser Zirkuswelt auch eingefühlt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tusch. Vielen Dank.